Ich bin Tobias und ihr werdet heute Zeuge vom letzten Tag meines Lebens. Ihr fragt euch sicherlich, wie es so weit kommen konnte. Ich bin doch erst 17. Dabei hat der Tag eigentlich ganz gut angefangen. Es war schönes Wetter draußen, ich bin spazieren gegangen und dann kam diese Erinnerung, diese scheiß Erinnerung, die nicht aus meinem Kopf ausgehen wollen. Ich kann keine Sekunde länger daran denken und es ertragen, das in meinem Kopf zu haben, das ist kein Leben, das es wert ist zu leben. Deswegen werde ich es heute beenden. Vor ein paar Monaten war ich noch der glücklichste Mensch der Welt. Und zusammen mit dem tollsten Mädchen der Welt. So eine findest du nicht mehr. Nie wieder. Keine Chance. Naja, dann habe ich es versaut. Wegen einer Nacht, in der ich unachtsam war. Ich war auf schnellen Spaß aus, aber was bringt das schon? Nur Unglück und Schmerz. Ein Leben, für das es sich... Ich wusste, dass du was mit dir hattest. Ich habe meine Eltern noch in den Ohren. Vergiss sie einfach, haben sie gesagt. Andere Eltern haben auch noch schöne Töchter. Schön, mag sein, ja, aber nicht perfekt. Jetzt ist es an der Zeit, für meine Fehler zu bezahlen. Sie wird sich wünschen, mich niemals verlassen zu haben, das schwöre ich ihr. Sie ist schuld. Sie ist schuld, dass mein Leben so leer ist. Was ist los? Sie weiß. Was ist schuld, dass mein Leben so leer ist. Was ist schuld, dass mein Leben so leer ist.